Die Brokerlandschaft hat sich in den letzten drei Jahren in Deutschland deutlich verändert und das zum Positiven für die Verbraucher. Die sogenannten Neobroker sind an den Start gekommen und haben günstige Preise beim Aktien-ETF-Handel erzeugt. Und jetzt gibt es wahrscheinlich seit längerem noch einen Broker, den ich heute mal mit euch unter die Lupe nehmen möchte und zwar JustTrade, weil ihr als Community mich gefragt habt, ob ich mal zu diesem Broker im Speziellen was sagen kann und damit kann ich sagen, klar und herzlich willkommen zurück bei Finanzgebrechen, dein hoffentlich Lieblingsfinfotainment hier auf YouTube. JustTrade ist ein Neobroker, so ähnlich wie schon angesprochen, Scalable Trade Republic, aber auch Zero Broker. Und sie werben speziell damit, dass man hier keine Handelskosten an der Stelle hat, sondern nur die üblichen Spreads an der Stelle. Das Ganze kann man hier auch nochmal schön einsehen an der Website, dass damit klar nur mit den Spreads geworben wird. Zum Thema Spreads haben wir bereits ein eigenes YouTube-Video gemacht. Das ist die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs, die sich immer ergibt und ist sozusagen eine Gebühr, die im Hintergrund quasi mehr oder weniger verdeckt anfällt, beziehungsweise bei den Handelsplätzen. Ich lese auch nochmal den Hinweis zum Thema Spreads entsprechend vor. Die Bank erhält für Wertpapiertransaktionen Zuwendungen von den vom Kunden gewählten Ausführungsplätzen, also die sogenannten Börsenplätze, Handelsplätze. Diese Zuwendungen werden in der Form der Rabattierung der Order-Provisionen, und das ist in Klammern 3 Euro plus 0,5 Prozent des Order-Volumens, an den Kunden ausgeschüttet. Das heißt, wenn das sozusagen anfallen sollte, kriegt das der Kunde von dem entsprechenden hier Broker erstattet. Sollte die Zuwendung geringer als die Order-Provisionen ausfallen, erklärt die Bank sich bereit, jetzt auf den Verzicht auf die Differenz. So, meist so viel wie, solltest du dort runterliegen von diesem Preis-Leistungs-Verhältnis, das würde im Vollen anfallen, verzichtet die Bank trotzdem an der Stelle drauf. Das heißt, es fallen trotzdem den Hintergrundkosten an, und der Spread ist auch nicht zu beachten. Doppelte Verneinung, also er ist zu beachten. Und machen wir mal hier einen ganz einfachen Test, und zwar wird das Beispiel von Adidas angeführt mit 146 Euro. Und wenn wir da mal drauf schauen, weil Adidas, dann war der letzte Stand von Adidas an der Xetra, oder machen wir es beispielsweise mal an einem Handelsplatz, wie auch hier beim Broker angegeben, bei Tradegate. Genau. So, bei Tradegate lag der Kurs zu diesem Zeitpunkt bei 146,44 Euro. Währenddessen er dann sozusagen bei einem anderen Handelsplatz, beispielsweise hier bei der Xetra zum Handelsschluss, bei 146 Euro lag. Oder zum Beispiel auch, wie angegeben, die Lang und Schwarz, dann wiederum bei 146,90 Euro. Und das ist der Spread. Dieser Spread, der lag jetzt hier ungefähr bei 0,3 bis 0,4 Prozent, was natürlich auf die angegebenen Konditionen hier keinen, ich sage mal, so erheblichen Einfluss oder negativen Einfluss hat. 0,3 Prozent sind in Ordnung bei gerade so einer kleinen Euro. Spingen wir das Ganze aber mal weiter, machen ein konkretes Beispiel. Sagen wir mal, du hättest potenziell geerbt, 100.000 Euro und möchtest jetzt 10 Aktien à 10.000 Euro kaufen. Dann würden jetzt 0,3 Prozent in Form des Spreads auch auf dieses gesamte Volumen von 100.000 Euro wiederum 300 Euro betragen. Und wenn man sich da jetzt mal Konkurrenzprodukte anschaut, wie Onvista mit ihrem sozusagen Festpreismodell, dann wären das jetzt bei Onvista gerade auf dieses Ordervolumen jetzt nur 70 Euro gewesen an der Stelle, bei 10 Aktienpositionen auf diese Größe. Das heißt, ein Spread kann sich schon im Negativen an der Stelle auch auswirken, aber ist jetzt gerade für, ich sage mal, den kleinen bis mittleren Geldbeutel wiederum nicht ganz so relevant. Und wie gesagt, ich halte 0,3 Prozent an Spread für in Ordnung. Schauen wir uns aber doch noch mal das Preis-Leistungsverzeichnis an von JustTrade. Und hier steht auch noch mal ganz klar drin, dass dieses Verrechnungskonto und wahrscheinlich damit auch verbunden, das Depot dann entsprechend auch kostenfrei ist. Wenn wir das mal vergleichen in unserem Depotvergleich, den wir vor ein paar Wochen gemacht haben, dann ist es so, dass wir da natürlich mit den angegebenen Depotgebühren bei fast jedem Broker heutzutage natürlich dann auch dort genau da liegen muss. Wo sich dann aber natürlich an der Stelle JustTrade positiv unterscheidet, sind drei Handelsplätze. Gerade was die Neo-Broker betrifft, wie Zero, Scalable, Trade, Republic. Dort haben wir jeweils ein und zwei Handelsplätze. Smart Broker kann man hier mal ein bisschen ausklammern, weil das gehört eigentlich zur BNB Paribas. Das ist die gleiche Gruppe wie die Consusbank und da hast du dann doch noch mal deutlich mehr Handelsplätze. Smart Broker ist wie so eine Art Hybridmodell zwischen Neo-Broker und Direktbank. Deshalb hier an der Stelle mal ausgeklammert. Das heißt, da kann dann entsprechend natürlich auch JustTrade sehr gut mit Hand halten. Schauen wir mal noch weiter. Was gibt es sonst noch positiv zu vermerken? Hier auch noch mal außerbürstliche Handelsplätze. So wie ich das mitbekommen habe, bezieht sich das aber im Speziellen auf, genau hier steht es ja noch mal, der Zertifikathandel. Da ist es bis 500.000 Zertifikate, was auch unter anderem sehr, sehr gut ist, auch wenn für die meisten Anleger der Zertifikathandel nicht in Frage bekommt, beziehungsweise nicht das ist, was die Anlageziele betreffen. Somit man auch eher bei einem Zertifikathandel meiner Meinung nach eine richtige Direktbank bevorzugen sollte an der Stelle. Auch beim Thema ETFs, wenn wir das Ganze noch mal aufgreifen, 1.500 ETFs. Im Vergleich, was andere bieten, ist die ETF-Anzahl mit 1.500 hier auch mehr als ausreichend. Man muss fairerweise aber auch sagen, dass alles ab 1.000 ETFs nicht mehr ganz so relevant ist zu haben, weil das Wichtigste in den meisten Fällen fühlt, die ein Großteil der Anleger schon abgedeckt ist. Das Ganze ist auch, so wie ich es gelesen hatte, unter der Rubrik Sparplan ab 25 Euro dann auch sparplanfähig, was ich natürlich auch sehr gut finde. Hier auch noch mal wieder der Verweis mit den marktüblichen Spreads. Ich würde mir aber da noch mal konkretere Berechnungsbeispiele bei JustTrade insgesamt wünschen. Ansonsten, was aber jetzt auch auffällt, ist keine weitere Erwähnung für sparplanfähige Aktien. Ich gehe mal ganz stark von aus, dass dieses aktuell noch nicht möglich ist. Ihr seht ja zum Beispiel, das hatten wir in unserem letzten Vergleich gemacht, dass wir dort mittlerweile bei bis auf und wisst da fast überall sparplanfähige Aktien haben. Man muss aber fairerweise sagen, so bis 100 sparplanfähige Aktien ist das Ganze auch noch nicht erwähnenswert. Interessant wird es wie bei Scalable mit 1.000 sparplanfähigen Aktien oder Trade Republic mit 2.500 sparplanfähigen Aktien. Aber trotzdem für den Einstieg als gerade im Speziellen als ETF-Broker definitiv etwas sehr, sehr Gutes. Kryptos gibt es auch zum Handeln hier, aber ich würde sie niemals einlagern bei so einem Broker. Bitte tut euch den Gefallen, dass ihr dann auch bei einem, wenn ihr Kryptos handelt, egal bei welchem Broker, dass ihr die Einlagerung entweder an ein Software-Wallet, zum Beispiel auf eurem Smartphone oder dann auch beispielsweise auf einem Hardware-Wallet wie einem USB-Stick dann macht. Da gibt es ausreichende Videos auf YouTube, schaut euch das mal an. Hier auch die vorhin 0,3% errechneten Spread, was ich bei der Adidas-Aktie gemacht habe, schlägt sich auch hier fast identisch wieder, weil den Handel von Kryptowährungen hier noch zu beachten, ein Mindestordervolumen. Aber das kann man dem Ganzen der Website gut entnehmen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass hier irgendwie was an den Kosten und Konditionen, ich sage mal, hinten angestellt wird. Ansonsten immer noch mal ein kleiner Tipp vom Profi, schaut auch mal in das Impressum von, genau da ist es, so einem Broker, dass dort alle richtigen Handelsregister und Handelsverweise sind. Hier seht ihr sozusagen, dass dies ein mehr oder weniger Tochterunternehmen der Sutor Bank ist. Auch vielleicht noch mal für den einen oder anderen interessant zu wissen, ob es auch gerade bei der Sutor Bank in den letzten Jahren irgendwelche Probleme gab. Sieht aber soweit hier in der ersten Übersicht nicht aus. Und natürlich auch noch den Verweis, dass natürlich die Aufsichtsbehörde dann entsprechend auch mit dabei ist. Hätte ich mir hier natürlich, ach doch, da ist es, Entschuldigung, da ist es auch, Bundesanstalt für Finanzdienstleistung alias BaFin, auch soweit erwähnt, also durchweg seriöser Broker, der beworben wird. Für mich auch so unterm Fazit etwas, was dann, ich sage mal, in Zukunft mit konkurrieren kann, dann vor allem, wenn das Thema mit Aktiensparplänen dort noch nachkorrigiert wird. Aber ansonsten sehe ich erstmal keine Bedenken, außer, dass man sich klar sein muss, dass ab sehr, sehr großen Volumina wieder ein Festpreismodell bei Brokern durchaus interessant sein kann. Was haltet ihr von JustTrade? Habt ihr dort bereits ein Depot? Wenn ja, dann kommentiert mir das auch gerne mal. Und wenn ihr einen anderen Broker gerne mal analysiert haben wollt, dann schreibt das auch unten gerne mit in die Kommentare. Wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, müsst ihr noch das Abo dalassen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, natürlich auch ein Like. Das war es von mir, Joschka Birkigt, unabhängiger Online-Finanzberater hier aus Leipzig. Ich freue mich auf dich, bis zum nächsten Mal.